Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute wieder Horse Riding Tales auf dem Handy. Falls ich jetzt bis irgendwie heute Abend oder so das Fantasy Pferd noch fangen kann für die Version von Steam, dann kommt am Donnerstag das Video von Steam. Ansonsten kommt jetzt Horse Riding Tales auf dem Handy am Donnerstag, weil ich war schon echt lang online mittlerweile auf Steam und ich muss ja ein Fantasy Pferd fangen, um in der Story weiterzukommen. Ich finde aber keins, Leute. Deswegen heute nochmal am Handy. Es macht mir mega, mega viel Spaß. Ich war heute schon, ich weiß nicht wie lange, privat online und habe zwei Social Quests mitgemacht. Die um 9.30 Uhr und die um 13.30 Uhr. Und wir haben beides Male, haben wir das nicht geschafft. Wir haben das auch gestern und vorgestern und vorvorvorgestern nicht geschafft. Ähm, das heißt, ich habe tatsächlich bis jetzt nur ein einziges Mal geschafft, die Social Quest abzuschließen und das war im Video letzte Woche. Und, ähm, wir sind meistens sogar nicht mal die Hälfte haben wir geschafft. Dieses Mal war es sehr, sehr knapp. Da hatten wir nur noch 20.000. Aber, Leute, 20.000. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das so unglaublich viel ist, Leute. Wir haben jetzt noch ein Level mit Shadow. Die anderen beiden bin ich schon gegangen und ich hätte gesagt, wir stürzen uns gleich rein. Ich habe zweimal mehr bezahlt. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt die 300 auch nochmal mehr bezahlen muss, weil mir jedes Mal die Energie nicht gereicht hat. Ich bin das irgendwie von Steam gewöhnt, dass man das nicht so oft hochsetzen muss. Aber vielleicht war das auch am Anfang bei Steam ein bisschen anders. Und hier ist es auch ein bisschen schwerer, die Energie unter Kontrolle zu halten. Also finde ich persönlich am Handy nicht so krass. Aber am PC ist es echt schwierig. Oh, da läuft jemand. Oh mein Gott, das ist viel. Wie viele haben wir denn? Fünf haben wir nur. Ja, okay. Fünf Sprünge. Dafür sind die dieses Mal ein bisschen höher, habe ich das Gefühl. Und ich bin richtig, also ich bin richtig glücklich mit Shadow. Ihr hattet mir in die Kommentare geschrieben, den gibt es öfter. Klar, ist erst nur ein Uncommon-Pferd, also kein rares oder episches oder sogar ein Fantasy-Pferd. Aber für einen Neuling ist dieses Pferd schon sehr, sehr besonders. Und ich habe ein paar Tage gebraucht, bis ich ihn tatsächlich gefunden habe. Interessanterweise auch im Video, Leute. Das müssten erst drei, zwei Sterne sein, oder? Nur ein Stern als Oppi. Wie gemein. Okay, die Jen, die kommt. Oh nein, die ist so doof. Ähm, also sie meint, wir sind gut geritten für den Amateur und mein Pferd springt gut. Ja, schön. Danke, sagen wir. I'm Jennifer Döringer. Also sie heißt Jennifer, die... Sie geht auf die Akademie und sie ist der Kapitän des Dressur-Teams. Under 13 seconds. I've not seen you in school. Okay, ja, also sie hat uns jetzt gefragt, ob wir neu an der Schule sind. Und dann sagen wir, nee, wir gehen nicht auf die Akademie. Und dann meint sie, was? Was? Du arbeitest hier? Oh, das ist so süß. Die Mädels im Team werden so froh drüber sein. Jetzt gibt es mir 100 Aufgaben. Das habe ich bei Steam schon mitgemacht. Ähm, can you make me something? Ja, sie möchte jetzt, dass wir ihr Sachen kraften. Kraften vor allen Dingen. Ähm, I guess, ja. Ja, was soll man machen, ne? Wenn wir hier arbeiten, dann müssen wir wohl das tun, ähm, was die sagt. Und was müssen wir jetzt genau machen? Okay, wir müssen ein Briddle. Ein Briddle müssen wir ihr craften. Das haben wir gut gemacht. Äh, danke für die Zügel, Holly Strider. Es ist so süß. Weißt du was? Du solltest fürs ganze Team... Ach ja, genau, das habe ich schon wieder vergessen. Fürs ganze Team Kopfstücke und halt Zügel machen. Ähm, make them special. Something that no one else has. Also wir müssen sie auch noch besonders machen. Wir müssen sie... Ich bin Level 5! Als obi. Oh mein Gott, guckt mal. Da ist ein kleiner Tiger und jetzt ist er weg. Hier ist er. Oh mein Gott, ist der süß. Ich möchte auch so gern ein Pet haben, Leute. Ich habe immer noch vier Black Orbs. Vier. Ich wiederhole. Vier. Als ob ich jetzt vier Stück davon machen muss. Eins, zwei, drei, vier. Okay, also irgendein Mädel kam jetzt gerade. Die möchte, dass wir auf ihr Pferd aufpassen. Irgend so ein... Irgend so eine... Ähm... Irgend so eine reiche Tussi, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber ich... Was soll wir jetzt machen genau? Wartet kurz. Make two horses happy. Ja, aber ich habe schon ein Pferd glücklich gemacht. Jetzt muss ich noch ein Pferd glücklich... Wie viel haben wir denn noch? Zehn. Das reicht nicht. Ja, moin. Jetzt sind wir halb fertig. Ja, das ist super. Oh mein Gott, Leute. Ähm, ihr hattet mir in die Kommentare geschrieben... Also beziehungsweise... Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber... Dass ich mir doch bitte kein VIP kaufen soll. Leute! Ohne VIP gehe ich hier unter. Ganz ehrlich. Das ist ja super anstrengend. Wie viele Sachen man braucht. Okay. So, jetzt geht's los. Wir machen... Muss ich jetzt das nochmal machen? Nee. Hier geht's Gott sei Dank weiter. Sonst hätte ich neun... Ähm... Perfect Condition. Okay. Und jetzt müssen wir nur noch abwaschen. Und, Leute, wir haben aber nur zwei Pferde. Das heißt, die Schwierigkeit ist... Wir haben ja Shadow gerade schon versorgt. Zählt der trotzdem? Ich glaube nicht. This horse is clean and happy. Oh. Sein ist schon wieder neutral. Aber wir können ihn nicht waschen. Wir müssen ihn auch ausmisten. Okay. Naja, haben wir ja gerade gekauft, Leute. Ist nicht so tragisch. So. Oh, wow. These are simply divine. You're pretty good with your hands. Not like me. My hands have only ever held rains. Okay. Sie scheint jetzt irgendwie sehr, sehr nett zu sein. Aber wahrscheinlich auch nicht. Sie sagt, ähm... Es sieht einfach göttlich aus. Ähm... Die Pferde sind toll. Und ich mach das auch toll. Und sie hat bis jetzt immer nur die Zügel gehalten. Und sie ist quasi im Zügel geboren worden. Und jetzt fragt sie uns... Wo bist du geboren, Holly Strider? Und dann sagen wir... Ich weiß es nicht genau. Was eigentlich mega sad ist. Du weißt es nicht? Sehr traurig. Bist du ein Findling? Ein Waisenkind? Ähm... Es macht nichts. Es zählt nur, wer du bist. Und dann sagen wir... Ja, danke Jennifer. Hä? War die nicht total ekelhaft? Ach so, jetzt wird sie ekelhaft. Ähm... Du bist so traurig und gullible. Was heißt denn gullible? Ähm... I must try not to laugh. Okay, sie... Sie muss sich... Sie muss sich beherrschen, dass sie nicht... Dass sie nicht laut loslacht. Ähm... Weil wir so traurig sind. So ein trauriger Anblick. Puh. Und dann schreibt er... Dann sagt er... Ähm... Wir sollen sie einfach ignorieren. Und... Ähm... Wir sollen Leuten wie ihr einfach keine Stimme geben. Wir haben jetzt genug Geld, um eine Championship zu gehen. Ein Championat! Ähm... Glauben wir, dass wir bereit sind? Ich glaub tatsächlich nicht. Ich glaub tatsächlich nicht, dass wir bereit sind. Was müssen wir denn machen? Finish all tears in Atwood Equestrian Show with at least one Star. Okay, aber ich hätte gesagt, wir gehen jetzt nicht das, sondern... Gehen jetzt nochmal in unseren Stall. Holen uns Shadow raus. Und probieren das nämlich nochmal mit dem Multiplayer Race. Ich glaube nicht, dass ich irgendeine Chance habe, in irgendeiner Form irgendwas zu gewinnen. Denn, ihr seht hier... Ähm... Shadows Stats sind einfach viel zu schlecht. Aber... Das macht ja nichts. Wir können uns ja trotzdem einfach jetzt mal anmelden. Und einfach mal gucken, ob... Ähm... Ja... Wir jemanden finden, der mit uns dieses Rennen gehen möchte. Und... Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Jetzt wurden wir hier irgendwie... Jetzt wurden wir irgendwie reingezogen in das Multiplayer Race. Ich bin mir grad nicht sicher, was grad passiert ist, Leute. Ich musste dann zweimal irgendwo draufklicken. Ich hoffe, ich hab's euch eingeblendet. Und... Jetzt werden wir ins Multiplayer Race... Race vor allen Dingen. In Race reingezogen. Als Oppi. Ja, nice. Oh Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich... Ich... Ähm... Ich kann nicht loslaufen jetzt. Oh mein Gott. Wie... Hä? Warum? Ich kann nichts tun. Ich kann nicht springen. Und sonst kann ich... Ach, jetzt. Was? Oh mein Gott. Ich hab einen Delay. Leute. Mein Delay ist einfach... Warum hab ich denn so einen krassen Delay? Oh mein Gott. Ich muss springen. Und springen. Und... Ähm... Ich weiß aber halt nicht, warum das nicht auflädt. Und ich muss hier viel, viel... Ähm... Oh, wo muss ich denn hin? Ich muss hier hinter. Ich muss hier... Ähm... Viel... Ähm... Also viel kürzer quasi... Hoch springen. Okay, das klappt alles nicht. Oh mein Gott, Leute. Äh... Das ist... Also ganz ehrlich, das ist so krass kompliziert. Ich weiß überhaupt nicht. Ich kann auch nicht... Also wir springen nicht hoch genug, Leute. Okay. Komm jetzt lad halt auf. Komm jetzt auf, du schlimmer Sprung. Bitte. Leute, seht ihr das? Es lädt nicht auf. Ich drück hier und drück hier und es lädt nichts auf. Jetzt. Oh Gott. Okay. Okay. Ach so, ich muss hier links und rechts, ne? Ach so, ich muss hier einfach links und rechts trotzdem drücken. Okay, das ist quasi... Oh mein Gott, ich bin so langsam, Leute. Oh mein Gott. Das werden wir niemals schaffen. Das werden wir niemals. Was bin ich eigentlich? Ich kann... Ich... Leute, ich... Ich weiß nicht mal, was ich... Bin ich letzter? Ich kann euch nicht mal sagen. Oh Gott, ich hab so Angst. Ich möchte... Ich möchte so gern so ein kleines Tier, Leute. Okay, jetzt, 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 jetzt langsam, Leute. Langsam, aber sicher wird's. Hab ich schon jemanden? Oh Gott, ich muss springen. Ich muss springen. Eis ob. Eis, Eis ob. Eis ob. Eis ob, Leute. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Lauf. 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 Als ob habt ihr das gesehen. Wie viel da bin ich? Habt ihr den Major Fail gesehen? Als ob ich erster bin. Leute, ich bin daneben gesprungen, weil ich das mit den Springen noch von Steam gewöhnt bin. Und ich bin erster geworden. Als ob. Ich hab fünf Stück bekommen, Leute. Oh mein Gott. Ich bin so glücklich. Bis ich rausgefunden hab, dass ich trotzdem hin und her dingsen muss. Dass das auflädt. Das hat ja ewig gedauert, Leute. Oh mein Gott. Ich bin hysterisch. Es tut mir leid. Puh. Dann danke ich euch aber vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus. Servus.